Aber seid nun eine Frau mit den Beinen? Seid nun eine Frau mit den Beinen? Das ist ja nicht so gemütlich. Wobei ich verstehe, dass ich die Frau verboten möchte. Ich meine sie. Überall die Posse-Frauche. Die huren Posse-Frauche. Schmerz, ziehe ich doch. Sie sollen doch die Geheimnisse ins Kauf. Ich kann jetzt auch mit den Posse-Frauchern aufkommen. Dann haben wir gesagt, es ist einfach noch ein bisschen okay. Dann klären wir sowieso noch ganz wüscht zu sein. Nur Bio, oder? Und ich meine, du musst es rauchen. Es ist sowieso etwas von Pogs. Du bist immer an den Fischen. Ja, du meinst, es ist ein bisschen wie so mit Feuer, und ich kann es nicht mehr sagen, 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 ich kann es nicht mehr sagen,